Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Let's Battle Minecraft. Hallo, hallo, hallo. So gut, es geht los. Liebe Freunde und liebe Freunde von dir und herzlich willkommen zu Let's Battle. Dann würde ich sagen, sammeln wir ein, oder? Mhm, ich kann schon das erste Essen. Also ich habe das Bett, weil ich glaube, jeder hat ja am Anfang ein Bett, gell? Ja, du hast das Bett, ich habe es extra nicht genommen, gut. Okay. So, meine Damen und Herren, wir sind bei einer, oder hatten das Glück, beziehungsweise, wo bist du? Da bist du. Hinter dir? Gut, du hast ein bisschen geübt, ne? Ein bisschen, ja. Ich habe mir Videos angeguckt. Gut. Ich hole mir erstmal den ersten Baum hier. Einfach, um irgendein bisschen was zu haben. Ja, ich hatte das wunderbare Glück und hole Essen. Vergiss das Essen nicht. Das wunderbare Glück, bei einer Let's Battle Staffel von Jom the Play dabei zu sein. Und da ich einen Teampartner brauchte, habe ich mir den guten Topdra, den ich ja jetzt auch schon eine Weile kenne. Wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich? Ich weiß nicht, zwei, drei Monate? Ja, den ich jetzt schon eine Weile kenne. Da habe ich mir überlegt, so, komm, den nimmst du mal dazu. Und ja, und wo bist du da hinten, bist du? Ich habe Fleisch geholt, komm mit. Okay. So, Let's Battle, für alle, die das nicht kennen, das ist ein Format von Dom's Play. Und, warte, ich mache mal ganz kurz Vollbild. Das ist... Ah, jetzt leckt es nicht mehr. Und, ähm, naja, es geht. Und es geht, äh, darum... Wir haben drei Zweierteams. Und es geht darum... Ich habe keine Ahnung, mich hat's geswitcht. Wo warst du denn? Äh, bei irgendeinem anderen, ich weiß gerade nicht genau, wer. Okay, gut, auf... Auf jeden Fall... Äh... Wollen wir uns hier... Das ist doch cool. Wollen wir uns hier mal reinbauen? Äh, dürfen wir doch nicht, oder? Wir dürfen ja minen. Oder dürfen wir das nicht? Stripmine ist verbunden. Wir haben ja keine... Das ist ja keine Basis. Achso, ja, gut. Ich habe halt nur gelesen, dass, äh, Stripmine halt... Dass du da Höhlen benutzen musst. Achso. Also, wenn du nicht Stripminen willst. Ja gut, dann machen wir... Warum wir suchen uns eine Höhle? Also, habe ich zumindest gelesen. Ich wollte es jetzt eigentlich nicht... Ach, egal, vergiss es. Ähm, auf jeden Fall... Ist das ein PvP... PvP-Format von... Von Dommel... Dominik... Dommse... Play... Hier ist... Guck mal. Ja, da kann man, glaube ich, rein. Das dürfen wir. Aber wir müssen halt auch aufpassen. Aber ich glaube, ähm, jetzt in den ersten zwei Folgen ist ja so, wenn du durch Fallschaden stürmst, macht das ja nichts, gell? Genau. Jetzt sind ja... Oh, hier ist Kohle. Guck mal, hier haben wir gleich Kohle für die Ofen. Für die Ofen. Und, ähm... Das ist auf jeden Fall ein Format von Dommseplay. Und es geht halt um drei Zweierteams, die... Au! Der erste ist schon Ragequid. Und es geht darum, ähm... Wir spielen mit dem Flans... Mit dem Flans-Mod. Das heißt, es gibt Waffen, Flugzeuge, Panzer, alles. Und damit, ähm, bekriegen wir uns dann. Und wer am Ende übrig bleibt, hat gewonnen. Es geht, ähm... Im Endeffekt hat jedes... Genau, es geht so. Jedes Team hat vier Leben. So, hier bin ich durch. Und, ähm... Es ist egal, ob... Also, nicht jeder Spieler, sondern das Team insgesamt hat Leben. Nimm die Fackel mit. Das heißt, wenn er jetzt... Wenn der gute Alex, der Profi, jetzt viermal stirbt... Sind wir... Sind wir leider auch dazu gezwungen, aufzugeben, obwohl ich nicht einmal gestorben bin. Ja. Genau. Aber so ist halt das... Das Regelwerk. Und... Okay, zweiter Ragequid. Wir haben gewonnen, glaube ich. Ja. Ja, ich würde Sieg, ne? Okay. Das wäre doch sauber. Ja, Mann. Wenn ihr lagst, ist es ein bisschen... Ach, egal. Ja, es ist das Ruck... Also, ich habe ein bisschen FPS-Flags, aber... Es ruckelt so ein bisschen. Ich hole noch ein paar Schweine. Okay. Aber haben wir schon erwähnt, dass wir jetzt erstmal Friedensfolge haben? Also, wir dürfen uns jetzt noch nicht angreifen. Wir haben zwei Folgen Friedensfolge und die guten Folgen bestimmt der gute Domse. Kommst du hier rüber? Ja. Ich hatte eine geile Idee. Ich hatte eine Idee. Da hinten ist eine Insel. Muss man das essen. Warum verbunkern? Lass uns doch auf eine Insel bauen. Dann kommen die da nicht so leicht hin. Aber theoretisch... Aber wir werden... Das Ding ist auch, wir werden, glaube ich, auch gefangen. Also, wir haben auch... Wir kommen ja auch nicht weg. Wir haben auch World... Wir haben übrigens auch World Border. Das heißt, die Welt hat eine Begrenzung. Oh, wenn wir da hinten hin können, dann bin ich verliebt. Das ist doch bei der Minimap die unterste Zahl, gell? Oder? Weiß ich nicht. Nee, das ist alles... Nee, die unterste Zahl ist die Höhe. Guck mal, lass mal hier abbauen. Und es geht... Ich weiß gar nicht, warum sind die denn jetzt gelieft? Egal. Ähm... Wir hätten es dann schon mitbekommen. Wenn irgendwas Wichtiges wäre, ja. Ich muss meinen Computer eh nochmal neu starten. Das leckt jetzt ihm nicht. Leggery daggery. Jetzt kannst du ja in der zweiten Folge machen. Mhm. Ja, das krasse ist halt, äh... Das ist ja Ding. Der eine war ja... Der Ansager. Der was? Der Ansager, der uns sagt, wann die Folge zu Ende ist. Tomse. Ja, ne? Ja, der ist doch wieder da. Der ist ja wieder da. Achso, der ist wieder da. Und, ähm... Wenn man bei sowas mitmachen darf. Auf jeden Fall. Aber das Problem ist halt, die werden uns später die Häuser wegbomben, ne? Glaube ich, wenn wir hier bauen. Versuch mal ein paar Seeds zu angeln. Kriegst du das hin? Habe ich eine Angel? Nein, Seeds. Achso, du hast das schon verstanden, oder? Ja, ja. Oh, shit. Ähm, ja. Also, wir dürfen bei der Minimap nur spezielle Einstellungen verwenden. Und da ich mich mit den Minimaps nicht so auskenne, sind das, ähm... Na gut, also ich hab auf jeden Fall... Nur spezielle. ...mach schlecht, oder? So, warte, ich muss mal kurz wieder aus dem... ...Vollwild-Modus rausgehen. Ja, was, was willst du, was willst du denn für Seeds eigentlich? Okay, jetzt hab ich einen schwarzen Bildschirm in der Aufnahme. Ja, sehr schön. Du machst schon mit OBS? Mhm, jetzt geht's wieder. So. Und... So... Ich hab genau ein Seed. Ich würde mal sagen, wollen wir uns erstmal eine Plattform basteln hier. Ich hab einen Fichtensetzlinge da. Bringt der was? Ja, den können wir, das können wir später, finde ich, für unser Haus packen, oder? Ach ja, wir dürfen ja kein Dingens machen, ne? Keine Minen basteln. Also, Strip-Mining ist nicht erlaubt, aber... Ich bin der Meinung, Minen sind in Ordnung, oder? Wenn wir jetzt wahllos nach unten buddeln und ne Dingens finden? Ne Höhle? Wäre doch theoretisch erlaubt. Ich weiß nicht, weil... Theoretisch... Ja, grenzwertig, weil... Wir dürfen ja auch die Kischen nicht so weit... Ja, ne, wir dürfen ja gar keine Basis unter... Ja, ja, aber... Das ist ja keine Basis, wenn wir ne nach nem... Ja, stimmt. Ja, okay. Ja, müsste eigentlich schon erlaubt sein, ja. Jetzt hab ich die da extra hingesetzt und du bastelst sie wieder ab. Was bist du denn für einer? Ja, ich dachte so. Okay, das ist doch erlaubt. Keine Geraden, okay. Nach unten. Dann hoffen wir mal, dass hier unten irgendwas ist, ne? Jo. Weil wir brauchen relativ viel Eisen, hab ich schon in den... In den Dingens gesehen. So. Ähm, hab ich irgendwas vergessen? An Regeln? Ich glaub, die werden wir alle noch erklären. Haben wir doch schon. Zum größten Teil jetzt. Jo. Also, ähm, wir dürfen uns ja jetzt nicht nach unten... Doch, nur nach unten. Ach, nur nach unten, okay. Also du baust jetzt hier mal das Haus, ja? Ja, ich baue mal hier ein bisschen... Schutzfläche. So, das kann ich ja erstmal langsam machen. Äh, ich muss nachher noch mein Ding ein bisschen sortieren. Dein Ding? Ach so. Ja, mein Ding. Das Wetter fuckt mich jetzt ein bisschen ab. Ja. Aber, ich hab auch gesehen, in der letzten Staffel, hat es die auch voll aufgeregt. Den Regen. So. Boah, die haben schon... Digga. Äh, ich mach mal kurz... Hast du eine Workbench schon? Hab ich schon hier hingelegt eben, gerade. Ach so, okay, dann brauche ich also keine mehr. Nee. Dann mach ich mal einen Ofen. So. Na, wo schon. So. So. Ich kann ihn einfach nehmen, du sagst, dann schlafen. Komm. Verdammt. Das Gute ist, wir haben heute den Wald vor der Tür, ne? Direkt, was hast du gesagt? Das Gute ist was? Dass Domse danach angekommen ist. Nachdem er das geschrieben hat. Ähm. Ja. Ja, aber wir sollten auf jeden Fall noch ein bisschen Holz, äh, haben. Ich geh mal eben Holz. Ja, mach mal. Ich bastel hier im Dach über unseren Kopf. Jo, mach dat. Äh, für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, ich benutze das P.O.B. Detection Pack. Äh, nein, das hab ich früher benutzt. Ich benutze das, äh, Paper Cutout. Genau. So. Ob es auch ein paar Setzlinge gibt irgendwie? Ich hab zehn Stück. Ach so, ja gut. Also, wenn wir die, ich könnte, wir könnten die theoretisch für unser Haus basteln. Wenn wir hier so ein bisschen Sand wegnehmen. Und da Dreck reinpacken, dann würde das, glaube ich, fällt das nicht so auf. Boah, Nacht ist echt beschissen. So. Also, ich hab jetzt, was? Wollte ich gar nicht, den da wollte ich. Oh mein Gott, es hat aufgehört zu regnen. Ich mach mal den Ton von Minecraft ein bisschen leiser. Also, ich hab jetzt nochmal über 100 Holzdinger. Geile Sachen. So. So, ich hab jetzt ein paar Sepplics hier hingesetzt. Ja, ich setz auch noch einen. Ich weiß gar nicht, auf welchen Modus wir spielen. Spielen wir auf Hard? Nee, ich glaub auf Normal, oder? Ach, hast du ne Hake schon? Nee. Du meinst ne Ho? Du meinst ne Schlampe? Ich glaub, haben die schon Eisen? Ich darf ihn ja töten, gell? Ja, ja, klar. Du kannst auch gerne mit dem Zombie spielen, wenn du willst. Oh, zwei Herzen verloren. Das ist nicht sehr gut. Aber zwei Herzen, das geht ja noch. Du hast dein Herz verloren? Oh mein Gott, nein. Du warst so ein lebenswürdiger Mensch. Ich weiß. Du auch. Ja, ach, übrigens, mal so ein paar private Geschichten. Ja, jetzt kommt's. Am Freitag war ein Kollege bei mir. Mhm. Und dann hast du mir doch wegen dem Projekt hier in Skype geschrieben. Ja. Du hast ja einfach mal Baby geschrieben. Ja. Du hättest deinen Blick sehen müssen. Das war so witzig. Okay. Ich hab irgendwie ein bisschen Angst. Ich hab irgendwie schon das Gefühl, weißt du, wir sind ja neu in dieser Staffel, ne? Ja. Und wir haben ja nicht so wirklich Ahnung. Ich hab so das Gefühl, die anderen sind schon voll gut ausgerüstet und wir sind hier voll gefickt gleich. Kannst du mal das Dach zubauen, damit das hier nicht gleich wieder so eskaliert? Ja. Ich denk mal, ja, die Basis müssen wir... Au. Stimmt nicht. Die müssen wir später eh noch... Ja, jetzt ist doch eh egal. Ich komm mal eh wieder. Aber ich glaub, die Basis müssen wir später eh massiver bauen. Aus Eisenblöcken! Ja. Na klar. Das ist doof, dass du hier mal eine Treppe schon zugebaut hast, Bruder. Ja, ich seh kaum was. Dann stell die Helligkeit von Minecraft auf ganz hoch. Äh, ich baschle jetzt hier erstmal ne Fackel hin. Ich hoffe, das brennt jetzt nicht ab, das Haus. Ne, bei Fackeln nicht. Ja, nicht so toll. Ach, Mann. Stopp. Entschuldigung. Also es hat halt jeder am Anfang Start-Items gekriegt, damit wir nicht ganz... Richtig auch zumachen. ...leer in die Welt starten. So, guck mal, jetzt haben wir hier schon so eine kleine Burg. Ja, hier ist ja voll offen. Aber dann machen wir Glas rein, oder? Genau, ich wollte das so ein... Also wenn wir das wirklich so wegsnipen können, weißt du so... Jo, pack mal Kohle in den Ofen. Du hast ja Kohle, ich nicht. Ja, guck mal hier, ich hab alles weggepackt. So. Ich würd sagen, hier... Mein, ich... Ich lass die jetzt einfach mal alle im Ofen, oder? Ähm... Ich glaub, ich bin... Kannst du mal bitte ein paar Holzdinger hergeben? Ja. So 64er Stick. Äh, ja, moin. Ach, das ist übrigens der gute Topra. Ja, mit dem... ...guten Bart. Drückst du wirklich für jedes einzelne auf Q? Ach halt. Du kannst... Nee, ich versuch's eigentlich. Du kannst einfach links klicken und dann aus dem Inventar ziehen und wieder links klicken machen. Ja, ja, schon. Aber das geht doch auch irgendwie schneller mit Q. Ich glaub, Shift und Q oder so. Nee, damit kommt's ins Inventar. Hm, okay, egal. Wollte ein bisschen Holz verspulen. So, ich hab jetzt 40 Sticks. Wie geht nochmal die Leiter? Ja, die Kohle wird auf jeden Fall nicht ausrechnen. Äh, ausreichen. So, ich... Eigentlich... Da. Achso. Also, jetzt packen wir mal hier elf... So, ich splitter mich schon wieder mal ganz fresh nach unten. So. Wollen wir eigentlich noch Druckplatten bauen? Wir können eine Falle machen mit TNT, falls hier jemand rein will, ja. Ich meinte eigentlich, um die Tür aufzumachen. Nee, Spaß. Ja, das bringt so viel. Ja, dann musst du nicht die ganze Zeit rechtsklick machen. Voll entspannt, Digga. So. Ich... Ich glaub, die anderen haben schon ultra die Achievements bekommen. Ich hab voll Angst vor denen. Mhm. Ja, ich brauch mal, ähm... Also, ich brauch mal auf jeden Fall das, was ich so erkennen würde. Als, äh, was du als Fenster haben möchtest. Ja, wir haben mal Sand. Stimmt. Ja, ich mach mal Glas rein. Ich brenn ja schon. Oder hab schon gebrannt. Du brennst? Ja. Nee, Quatsch. Ich brenn nicht. Und jetzt ist der Übo Pro geworden. Nicht. Wie kommst du da eigentlich wieder? Acht, du hast eine Leiter hingebaut. Hab ich ja auch nicht gesehen. Hallo? Hallo. Ich will da runter. Dann kann man mein Name Borat. Jo. Ich hab vorhin einen, bei Golf Gomme, hab ich vorhin einen mit... Ich hab Eisen gefunden. Nice. Hab ich! Mach ich! Ja, du packst es da alleine, oder? Ich schaff das, ja. Ich will ja nur ein bisschen Eisen und so farmen gerade. Okay. Das ist mir schon grad wichtig. Hallo? Äh, ja, ich hab Zuckerrohr. Äh, kannst du... Ich pack mal den direkt daneben. Ich ess mal ne Karotte. So, Eisen ist drin. Dann können wir schon mal die ersten Eisenschwerter machen. Und dann guck ich gleich, oder guck ich gleich mal, was wir brauchen, um diese Boxen da zu machen. Ich hab eben gesehen, wir brauchen, äh, eins, zwei, drei, vier. Wir brauchen Redstone und Lapislazuli. Oder? Hab ich mich verguckt. Ähm, weiß ich nicht. Das war doch richtig, oder? Ich weiß es nicht. Ich dachte eigentlich, dass du die Rezeptdinger offen hast. Hab ich auch, aber ich hab ihn ja jetzt im Vollbildmodus, das ist das Problem. Weißt du, ja, da kannst du nicht rüber switchen, ja. Ja, weil das sonst laggt. Also, ich hab schon wieder Eisen, das ist ganz gut. Also, Eisen ist auf jeden Fall richtig wichtig. Das war auf jeden Fall die richtige Stelle hier, so. Äh, alter, da ist ein Enderman. Solange er kein Strafe macht, wird alles in Ordnung sein. Also, die anderen Mitteilnehmer dieses Projekts werden natürlich auch in der Kanal-Info verlinkt. Da könnt ihr ja auch mal vorbeischauen. Wenn ihr grad nichts zu tun habt. Was? Ich hab gesagt, da kommen wir aber früh dazu. Versteh ich nicht. Nein, das zu sagen, dass die verlinkt sind. Achso, ja, na und? Die werden bestimmt die Folge bis hierhin gucken, nicht. So. Ich bin froh, wenn ich meine neue Grafikkarte habe. Ich krieg übrigens die GTX 970. Halt, das wollte ich doch gar nicht. Ich brauch mehr Kohle. Ich mach uns mal jeder ein Eisenschwert, oder? Ähm. Ja, ich brauch ne Axt. Ich komm hoch. Ne Axt? Äh, Spitzhacke. Entschuldigung. Ja, dann mach ich dir ne Spitzhacke. Time to mine. Getting an upgrade. Ach, der musste sich auch schon ne Spitzhacke machen jetzt. Die sind auch schon ordentlich am Rohabbauen. So, wir haben jetzt, äh, ein Eisenschwert und eine... Spitzhacke. So, ich, äh, klatsche die mal hierhin. So, bitte. Dankeschön. So, das Schwert kannst du auch nehmen. Guti, guti, guti. Und ich geh wieder in meine Hülle. Okay, du brennst weiter, alles klar. Äh, ich mach... Spinn, ja, wo bist du? Liegt bestimmt auf unserem Dach, oder so. Ich bin jetzt auf 44 Tiefe. Die Minimap ist sogar recht cool. Ich hab noch zwei Fackeln. Hast du noch Kohle? Also ich such die ganze Zeit nach Kohle. Ja, in der Ding. In der Truhe. Sind noch elf Stück. Also von daher, wir brauchen... Und, äh, in dem einen Ofen sind auch noch vier. Der grad nicht annischt. Ähm. Ich brauch... Ich will noch weiter runter. Hier muss doch irgendwo eine Höhle sein. Braucht das eigentlich alles nicht. Komm, pack mal einfach mal in die Kiste rein. Ich glaub, wir müssen, um eine Höhle zu suchen, müssen wir noch woanders hinlaufen. Aber das würde ich machen, wenn es hell wird. Ist es hell? Ja? Es ist sechs Uhr. Sechs Uhr dreißig, ja, ist es hell. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal raus, ne? Oh, okay, gut. Ne, die erste Folge wird, glaub ich, jetzt beendet. Wir haben noch zehn Sekunden. Gut. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf der großen Suche. Du stirbst. Nein. Wir sehen uns gleich auf der großen Suche nach den Diamanten. Bis zum... Bis gleich. Tschüss. Tschüss.